Hallo, es freut mich, dass du wieder da bist. Wenn du dir das Intro, das Basic und das Mastery 1 Video über Trapezi angesehen hast, dann bist du mit Sicherheit schon ein Profi, was das Trapez angeht. In diesem Video möchte ich gemeinsam mit dir zwei Umkehraufgaben behandeln. Hol dir gleich wieder ein Blatt Papier und einen Stift. Bist du bereit? Los geht's! In vielen Schulbüchern findest du immer wieder sogenannte Umkehraufgaben. Weißt du noch, was eine Umkehraufgabe ist? Genau! Eine Formel kann man als Gleichung betrachten und so umformen, dass man sich andere unbekannte Angaben in der Formel ausrechnen kann. In diesem Video wirst du also zwei Umkehraufgaben zum Flächenhalt des Trapezes behandeln. Bevor wir loslegen, kam in deiner mathematischen Erinnerung. Welche beiden Formeln kennst du bereits, um den Flächenhalt eines Trapezes zu berechnen? Drücke kurz auf Pause und notiere sie beide auf deinem Blatt Papier. Hast du sie dir beide aufgeschrieben? Ich habe sie mir auch noch einmal notiert. Vergleiche kurz, ob meine mit deinen übereinstimmen. Wenn nicht, dann schaue dir gegebenenfalls noch einmal das Intro und das Mastery 1 Video an. Wenn doch, dann können wir jetzt mit den Umkehraufgaben beginnen. Los geht's! Für die erste Umkehraufgabe hast du folgende Maße für ein Trapez gegeben. Den Flächenhalt und die beiden Seiten A und C. Gesucht ist in diesem Fall die Höhe H. Markiere zunächst mit Farbe die gegebenen Maße und die gesuchte Höhe in einer Skizze. Drücke dafür auf Pause. Gut gemacht! Der Flächenhalt ist 385 cm² groß und die Seite A ist 30 cm und die Seite C ist 5 cm lang. Nun möchte ich, dass du dir die Höhe H selbst berechnest. Drücke also jetzt noch einmal auf Pause und berechne die gesuchte Maßzahl. Schon fertig? Sehr gut! Diese Umkehraufgabe hat zwei Lösungswege. Gehen wir beide Varianten gemeinsam Schritt für Schritt durch. Zunächst müssen wir uns entscheiden, welche der beiden Formeln wir für die Umkehraufgabe heranziehen müssen. In diesem Fall haben wir die Maße A und C gegeben. Also schreiben wir uns die Formel, die A und C beinhaltet, als Gleichung auf. In Variante 1 setzen wir zuerst für unsere Variablen die angegebenen Maßzahlen ein. Jetzt beginnen wir umzuformen. Wir multiplizieren zunächst beide Seiten mit 2. Im nächsten Schritt dividieren wir beide Seiten mit 30 plus 5. Nun haben wir die Variable H auf der rechten Seite der Gleichung stehen. Nachdem wir den linken Teil, also 770 dividiert durch 35, ausgerechnet haben, erhalten wir für H 22. Die Höhe des Trapezis beträgt also 22 cm. Bei der zweiten Variante schreiben wir uns wieder die Formel, die A und C beinhaltet, auf. Nun multiplizieren wir zunächst beide Seiten mit 2. Im nächsten Schritt dividieren wir beide Seiten mit A plus C. Nun haben wir die Variable H wieder auf der rechten Seite stehen. Jetzt setzen wir die angegebenen Zahlen für unsere Variablen ein und berechnen die linke Seite. Also 2 mal 385 dividiert durch 30 plus 5. Und wie du siehst, erhalten wir das Ergebnis 22 cm für unsere Höhe. Hast du die Aufgabe mit einer der beiden Varianten gelöst? Wenn ja, super gemacht. Wenn nein, dann vergleiche meine Schritte mit deinen und versuche den Fehler selbst zu finden und zu korrigieren. Kommen wir nun zu einer weiteren Umkehraufgabe. Du kennst dieses Mal den Flächenhalt und die Höhe des Trapezes und möchtest dir die Mittellinie berechnen. Drücke auf Pause und markiere dir wieder mit Farbe die gegebenen Maße und die gesuchte Mittellinie in einer Skizze. Super, der Flächenhalt des Trapezes beträgt nur 29.400 Quadratmeter und die Höhe des Trapezes ist 140 Meter lang. Drücke noch einmal auf Pause und berechne mit einer der beiden vorhin besprochenen Varianten die gesuchte Mittellinie. Bist du fertig? Mit welcher Variante hast du es gemacht? Ich habe dir beide Lösungswege aufgeschrieben. Vergleiche deine Rechenschritte wiederum mit meinen. Ich erhalte für die Mittellinie 210 Meter. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann bist du nun in der Lage, die beiden Flächenhaltsformeln des Trapezes nach jeder beliebigen Variablen umzuformen. Super! Es hat mich gefreut, dass du wieder eingeschalten hast und ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen von weiteren Lernvideos. Bis bald! Bis bald!